Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 115 Marmorne Ruhestätten Am Abend saßen Harry und Ginny gemütlich mit Wobble und Nikolas zusammen, um einige Ideen für die Hochzeit zu notieren, als es klopfte. Nach einem Lauten, herein! Von Harry öffnete sich die Tür und Minerva stand auf der Schwelle. Harry, eine persönliche Lieferung für Sie, sagte Minerva und machte den Herren, die hinter ihr warteten, Platz. Harry und Ginny erhoben sich und beobachteten, wie zwei ältere, kräftig wirkende Herren sehr konzentriert einen großen Gegenstand per Levitation ins Wohnzimmer schweben ließen. Ihre Stäbe hatten sie jedoch nicht auf die große, hölzerne Kiste gerichtet, sondern auf einen sehr stabil aussehenden Stein, auf dem die Kiste stand. Wo möchten Sie es hinhaben? Wollte der Mann mit den graublonden Haaren wissen. Was ist denn das? fragte Ginny neugierig. Der Herr mit der Brille antwortete, Das ist ein Denkarium, gute Frau. Wo ungefähr soll ich stehen? Ähm, machte Harry und schaute sich flugs im Wohnzimmer um, um eine passende Stelle zu finden. Da, links, vorm Kamin, sagte er letztendlich, denn dort war genügend Platz vorhanden. Bedenken Sie, Mr. Potter, dass ein Denkarium von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden kann. Es sollte in der Regel freistehen, damit es von allen Seiten zugänglich ist. Aber wenn sie... Ginny unterbrach den graublonden und schlug vor. Dann besser in die Ecke da, mit Abstand zur Wand. Die Herren nickten, beförderten jedoch die Lieferung nur in die Nähe des gewünschten Zielorts, bevor sie den Stein mit der Kiste darauf absetzten. Nachdem sie ihre Zauberstäbe in den Umhängen verstaut hatten, war Körperkraft vonnöten. Die beiden muskulösen Herren hoben gemeinsam und sehr vorsichtig die hohe Kiste an und stellten sie behutsam auf ihren Platz. Der Graublonde zog erneut den Stab und berührte das Holz, welches gleich darauf verschwand und ein steinernes, verschnörkeltes Denkarium mit einem sehr breiten, aber leeren Becken freilegte. Der Herr mit der Brille zog zwei kleine Gegenstände aus seinem Umhang und stellte sie auf den Boden und sprach einen Zauber, der ihnen wieder ihre normale Größe gab. Es kamen zwei große Tonbehälter mit mindestens fünf Litern Fassungsvermögen zum Vorschein. Das hier, der Mann zeigte auf den helleren Tontopf, beinhaltet die Flüssigkeit für das Denkarium. Ich fülle es gleich auf. Gehört zum Service. Den Rest bewahren Sie bitte gut auf. Der Mann ließ den Tönern in den Behälter bereits schweben und entkorkte ihn, bevor eine nicht ganz klare, undurchsichtige Flüssigkeit in das Becken lief. Was ist da denn? Wollte Ginny wissen, die er auf den dunklen Tontopf zeigte. Der grau-blonde griff in eine Innentasche seines Umhangs und zog eine Pergamentrolle heraus, die er entrollte und Harry gab, während er sagte, Zum Denkarium gehören auch ausgewählte Erinnerungen des Vorbesitzers, die Ihnen nun überlassen werden, wenn Sie bitte hier, der Mann tippte unten rechts auf das Pergament, unterschreiben würden, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Verdattert fragte Harry, Ausgewählte Erinnerungen des Vorbesitzers? Ist das so üblich? Aber sicher, der Nachlassverwalter wollte Denkarium und Erinnerungen nicht trennen. Was Sie mit Ihnen machen werden, ist Ihnen überlassen, Mr. Potter. Etwas drängelnd fügte er hinzu, Die Unterschrift bitte, wir haben jetzt bald Feierabend. Harry unterschrieb die Empfangsbestätigung und gleich darauf wurden die beiden Herren von Minerva wieder nach draußen begleitet. Ron hat zwar erzählt, dass man mir das Denkarium überlassen möchte, aber auch noch die Erinnerungen? Ich meine, wollen die Verwandten es nicht selbst haben? fragte Harry ungläubig, während er sich dem sehr antik aussehenden Steinbecken näherte. Ginny folgte ihm und erklärte, Was sollen die mit den Erinnerungen anfangen, wenn sie kein Becken haben? Ja, schon, aber Erinnerungen sind doch so persönlich. Ich möchte keinem Fremden meine Erinnerungen einfach geben wollen. Vielleicht schauen wir lieber nicht rein? Die haben ja gesagt, dass es an mir liegt, was ich damit mache, sagte Harry mit einem schlechten Gewissen. Als ob du deine Neugierde im Griff hättest, Harry, sagte sie lachend. Ich würde da schon mal hineinschauen wollen. Und wenn du nicht möchtest? Aber was, wenn da schlimme Dinge gezeigt werden, Sachen, die man nicht sehen möchte? Du machst dir immer viel zu viele Sorgen, Harry. Ich werde mir mal eine ansehen, und zwar jetzt gleich, sagte Ginny, die bereits den großen dunklen Thronkrug öffnete. Ein silberner Schein drang aus der Öffnung hinaus und es wirkte, als hätte jemand eine Lichtquelle in dem Krug untergebracht. Völlig sorglos, führte Ginny ihren Zauberstab in die Öffnung und zog ihn gleich wieder vorsichtig hinaus. An der Spitze ihres Stabes hing ein silberner Faden, den sie behutsam zum Denkarium hinübertrug und wie einen kleinen Fisch in das große Becken fallen ließ. Bevor Ginny in die Erinnerung eintauchen konnte, sagte Harry aufgeregt, Warte, ich komme mit. An Wobble gerichtet, der den kleinen Jungen im Arm hielt, sagte er, Wenn irgendwas passiert... Harry, was soll passieren? Es kann uns nichts passieren. Versicherte ihm Ginny, die seine Hand nahm und ihren eigenen Kopf bereits über das Becken führte, bis ihre Nasenspitze die flüssige Oberfläche berührte. Harry machte es ihr gleich. Ein Stock tiefer schlug Hermine vor. Nehmen wir den Hund mit und Fellini könnte auch mal wieder raus. Severus musste schmunzeln, bevor er sagte, Wir tarnen die heimliche Graböffnung als Spazierer mit den lieben Vierbeinern? Nö, sagte Hermine unschuldig. Wir verbinden das kleine Abenteuer einfach mit dem Nützlichen. Ich müsste sowieso noch einmal mit Harry raus, also kann ich ihn auch gleich mitnehmen. Mit dem Hund an der Leine und in einem warmen Umhang gehüllt, wartete Severus darauf, bis Hermine den Kniesel geholt hatte, der gleich, nachdem die Tür zu ihren Räumen geöffnet worden war, hinausgerannt kam und auf den Hund zustürmte. Harry wedelte freudig erregt mit seinem Schwanz und beschnupperte seinen schwarzen Freund. So, kann losgehen, sagte Hermine enthusiastisch. Auf dem Weg durch die Gänge trafen sie auf einige Schüler, die den Kniesel streichelten und ihn niedlich nannten. Den Hund, den Severus mit sich führte, traute sich niemand anzufassen, was wahrscheinlich dem grimmigen Blick des Besitzers zu verdanken war, der die Leine noch nicht an Hermine abgegeben hatte. Während sie über einen der Höfe gingen, um das Schloss zu verlassen, fragte Severus, Was werden wir ihrer Meinung nach finden? Sie hob und senkte die Schultern, bevor sie erwiderte, Ich denke, jede Menge Staub und Spinnbeben. Eine Gänsehaut lief ihr den Rücken hinunter, als sie an das krabbelnde Viehzeug dachte, welches vor dem Einzug in ihre Räume dort gewohnt hatte. Was denken Sie? Ich hoffe auf das Gleiche, antwortete er ehrlich. Nach einem Moment fügte er fragend hinzu. Sie lieben das Abenteuer? Oh ja, brenzlige Situationen mag ich zwar nicht sonderlich, aber einem Abenteuer an sich kann ich nur schwer widerstehen. Und Sie? fragte sie gleich zurück. Gelangweilt legte er den Kopf schräg, antwortete sie doch nicht, sodass sie erneut das Wort ergriff. Schade fand ich damals, dass nur noch so wenig Gegengift in der Flasche gewesen war, damit man die schwarzen Flammen überwinden konnte. Ich hätte Harry gern weiter begleitet. Sie hatte das Flaschenrätsel angesprochen, welches er damals ausgetüftelt hatte, um den Stein der Weisen zu schützen. Seien Sie lieber froh darüber, denn sehr wahrscheinlich wäre dieses Abenteuer Ihr letztes gewesen, wären Sie auf Quirrell beziehungsweise auf Voldemort gestoßen, sagte er. Ja, ich weiß. Es wäre trotzdem aufregend gewesen. Mir ist ja erst im Nachhinein bewusst geworden, in welcher Gefahr wir eigentlich geschwebt hatten. Wir hatten ja die ganze Zeit über geglaubt, dass Sie den Stein stehlen wollten. Sie warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. Wie hätten wir auch auf Voldemort kommen sollen? Minerva hat mir später erklärt, welcher Lehrer welches Hindernis zum Schutz des Steins erdacht hatte. Wenn ich ehrlich sein darf, Hermine? fragte Severus vorsichtig. Sie blickte ihn an und nickte einmal zuversichtlich und wartete geduldig auf das, was er zu diesem Thema zu sagen hatte. Er holte einmal tief Luft und offenbarte. Ich war damals überaus verärgert, dass eine erst zwölfjährige Schülerin diese Denkaufgabe mit solcher Leichtigkeit gelöst hatte. Sie blickte ihn mit betretener Mine an und lauschte, als er hinzufügte. Es war nicht gerade eine Hilfe von Minerva gewesen, mir noch wochenlang unter die Nase zu reiben, wie schlau und mutig doch ihre Gryffindors sein würden. Er seufzte. Hermine hatte verstanden, was Severus damit sagen wollte. Es war ihm unangenehm gewesen, dass dieses wirklich schwere Denkspiel von einem Kind gelöst worden war. Sicherlich hatte Severus sich nicht nur von Minerva versteckte Neckereien anhören müssen, was seine damalige Abneigung gegen die Schüler des Hauses Gryffindor nur verstärkt haben musste. Sie vergessen, Severus, dass ihr Rätsel bereits das letzte gewesen war. Wir haben auch die Hindernisse der anderen Lehrer überwunden, denen ging es also nicht besser als ihnen. Harry hatte Ron und mir später mal erzählt, dass er an ihrem Rätsel völlig verzweifelt wäre und er in seiner Not vielleicht sogar auf einen Abzählreim für Kinder zurückgegriffen hätte, um einfach eine Flasche auszuwählen, schilderte Hermine, während sie langsam hinunter zum See schlenderten. Es war mittlerweile schon sehr kalt geworden, aber geschneit hatte es bisher noch nicht. Dabei freute sie sich jedes Jahr aufs Neue darauf, die Gegend und Hogwarts selbst in Weiß getaucht zu sehen. Hm. machte Severus belustigt. Bei seinem verdammten Glück hätte er wahrscheinlich sogar die richtige gegriffen. Hermine lachte auf und stimmte zu. Ja, das denke ich auch. In dem Moment, als Severus und Hermine das weiße Grabmal von Albus in der Ferne erspäht hatten, hoben Ginny und Harry gleichzeitig die Köpfe aus dem Lenkarium und beide blickten sich mit ernster Miene an, bis Ginny fragte. Und was hältst du davon? Er hob und senkte einmal die Schultern und antwortete mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck. Ich würde sagen, es war so unübersichtlich wie Zaubertränke und so langweilig wie Wahrsagen. Er behielt seine gelangweilte Miene bei, als er nicht ganz ernst fragte, kann man eigentlich in so einem Lenkarium ertrinken, wenn man beim Anschauen von Erinnerungen einschlafen sollte? Ginny lachte auf und antwortete gleich darauf. Wie willst du im Stehen einschlafen, Harry? Ich meine ja nur, es war stinklangweilig, wozu so eine Erinnerung weitergeben? fragte Harry verwirrt. Keine Ahnung, aber wir können ja mal Hermine fragen, was sie dazu sagt. Immerhin sind das Erinnerungen von einem Verstorbenen und sie müssen ja irgendeine Bedeutung haben, wenn er sie schon gesammelt hat. Erklärte Ginny, die Harry an der Hand nahm und mit ihm zur Couch ging. Vielleicht war er schon so etwas senil oder er wollte sie als Schlafmittel weitergeben, scherzte Harry. Von Wobble ließ Ginny sich Nikolas geben, der schon fest schlief. Wobble selbst schien nicht sehr traurig darüber zu sein, wenn Harry ihm Freizeit schenkte. Während der Arbeit trug der Helf Stoffhose und Pullover, während er in seiner Freizeit mit einer Art Jogginganzug herumlief. Nachts kümmerten sich Harry und Ginny um den Kleinen, aber tagsüber war Wobble der Babysitter, während Ginny den Unterricht besuchte und Harry ihn führte. Wie viele Gäste haben wir jetzt zusammen? Wollte Ginny wissen. Harry betrachtete seine Randnotizen auf dem Pergament und antwortete, sind jetzt 114. Doch, so viele. Wir haben doch entschieden, dass wir auch welche von denen einladen, die uns so sehr unterstützt hatten, sagte er und ließ die genauere Erklärung im Krieg lieber weg. Und die ganzen alten Schulfreunde, sagte Ginny, während sie die Liste überflog. Da wird Molly aber viel zu tun haben. Blödsinn. 414 Gäste sind doch ein Klagsfirma. Stell dir nur vor, wir hätten aus der Hochzeit eine öffentliche Angelegenheit gemacht. Wenn es nach Dent gegangen wäre, dann würden da jetzt mindestens 1000 Leute draufstehen, von denen wir die meisten gar nicht kennen. Machte Ginny ihm klar. 1000 Gäste? Wer wäre denn da alles gekommen? Etliche Heutiere aus dem Ministerium wären sicher geladen worden. Dann auch Ministeriumsvertreter aus dem Ausland. Und einige Prominente. Zählte Ginny auf. Slughorn bestimmt auch, sagte Harry, der sich demonstrativ schüttelte. Gut, dass wir das in die Hand genommen haben. Ich hätte mich sonst nicht wohl gefühlt. Hedwig und Fawkes kamen aus dem Schlafzimmer geflogen. Doch während Fawkes auf der Rückenlehne der Couch landete, setzte Hedwig sich ans Fenster und hackte die Scheibe an. Harry, ich glaube, da möchte jemand raus, sagte Ginny grinsend, sodass Harry aufstand und das Fenster für ihre Eule öffnete, damit sie ihre Runden fliegen konnte. Hedwig liebte den kühlen Wind und stürzte sich sofort aus dem Fenster, sobald es geöffnet war. Nachdem sie etwas an Höhe gewonnen hatte, konnte sie sich treiben lassen und sie entschloss sich dazu, hinter Hagrids Hütte auf Mäusejagd zu gehen. Denn der freute sich immer darüber, wenn sie die Schädlinge davon abhalten würde, das Futter für seine Haustiere zu vertilgen. Aber zuerst machte sie einen kleinen Abstecher zum See. Auf dem Boden bemerkte sie zwei Gestalten. Eine davon kannte sie seit etlichen Jahren, denn sie war eine gute Freundin von Harry. Den anderen kannte sie nur vom Sehen. Doch der hatte sie nie gestreichelt und ihr kein einziges Mal eine Belohnung gegeben, weswegen sie für ihn niemals auch nur einen Brief befördern würde. Es fehlte Hedwig, dass Harry ihr kaum noch Briefe gab. Und wenn, dann waren die Flugstrecken ihrer Meinung nach viel zu kurz. Während Hedwig unbemerkt ihre Runden über den Menschen drehte, hörte sie in deren Nähe eine kleine Maus durchs Gras flitzen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.